Folge uns quer durch die Stadt und zu Ihren Menschen. Höre Aktuelles, Geschichten und Unerwartetes. Radebeul im Ohr. Überall da, wo es Podcasts gibt. Hallo liebe Radebeuler, Radebeulerinnen und Freunde von Radebeul. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Radebeul im Ohr-Podcasts und freuen uns heute Corinna Anders aus Radebeul zu Gast zu haben. Und lange Rede, kurzer Sinn. Corinna, stell dich uns kurz vor. Wer bist du? Wer ist Corinna Anders? Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und Corinna Anders ist Schlagersängerin, groß geworden in Radebeul und ja, das Herz schlägt Schlager seit ihrer Kindheit und seitdem komme ich davon nicht weg. Und ich habe letztes Jahr mein erstes Album veröffentlicht und das ist halt jetzt sowas, wo ich ganz stolz drauf bin und darüber möchte ich gerne erzählen. Das finde ich auch total fancy, deswegen bist du auch hier. Und weil wir im Vorfeld schon gedacht haben, Radebeul und ein Schlagerstar. Ja, also wir sind jetzt ein paar Jahre schon hier. Ich habe es noch nie gehört gehabt. Da habe ich gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Also hier kennt man immer halt Herbst-und-Weinfest und deswegen war das eigentlich eine total super Gelegenheit zu sagen, Moment mal, hier gibt es auch Schlagerstars, die aus der Stadt sind. Jetzt hast du gesagt, du bist hier groß geworden. Jetzt habe ich aus deinen Webseiten und so, da steht halt immer so in Dresden geboren und gelebt und so. Also in Dresden bin ich geboren im Krankenhaus, aber dann bin ich natürlich als kleines Kind in Radebeul groß geworden, zur Schule gegangen, zur Musikschule, habe auch viele Jahre Musik gemacht, als Kind schon. Also das hat sich halt so durch mein Leben gezogen. Schon im Kindergarten bin ich gefördert worden. Weil du das wolltest? Ja, schon, weil ich… Und da wurdest du gezwungen. Naja, viele werden ja auch zur musikalischen Grunderziehung, ne? Erziehung steckt ja schon drin, da ist ja nie immer Kindeswille. Na, sagen wir mal, ich bin ja ein DDR-Kind, bin ja schon Ü50 und da habe ich natürlich andere Wurzeln. Und es war so, dass ich in der ersten Klasse schon das musikalische Talent eben von der Musiklehrerin erkannt wurde und dadurch war natürlich die Förderung auch gegeben. Und da wurde dann, ja, agiert, Landesbühne im Chor und sowas halt in Radebeul. Genau, und da wurden sogar die Auftritte bezahlt. Wir haben für einen Auftritt 10 Mark bekommen. Wow. Und das fand ich natürlich als Kind total super, weil das Taschengeld wuchs. Ja, das war so eine Sache, wo ich gesagt habe, da kannst du dir noch ein bisschen was dazu verdienen. Und dann hat es auch Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht natürlich, weil, ja, einerseits, weil es eine Förderung war und wir eine kinderreiche Familie waren. Und da war das Geld nicht so dicke da und das hat natürlich geholfen. Das wäre meine Frage gewesen. Deine Eltern, waren die auch musikalisch oder waren sie einfach, das Kind hat was zu tun und geh singen und dann bist du beschäftigt? Ja, kann man schon fast so sagen. Also meine Eltern waren eher unmusikalisch und sind einfache Menschen. Meine Mutter lebt nicht mehr und wir hatten zu Hause ein geistig schwerbehindertes Kind. Wir sind eine Großfamilie mit vier Kindern und ja, das hat sich halt dann auch in der Kindheit wieder gespiegelt, dass man nicht so viel Zeit zu Hause oder Aufmerksamkeit zu Hause bekommen hat, sondern eher sich was gesucht hat. Und da war ich sehr aktiv als junges Mädel und habe halt so in Arbeitsgemeinschaften hier und dort und überall mitgemacht und habe dann meinen Weg gefunden, dass eben der Gesang immer wieder im Vordergrund stand. Und es war halt auch so, wenn ich jetzt irgendwo aufgetreten bin, dass ich immer Applaus bekommen habe und das hat mir natürlich als Kind imponiert und hat mir gefallen und dann war eben die deutsche Sprache für mich immer wichtig, weil die verstehe ich und dann konnte ich das auch schnell auswendig singen, was andere Künstler so dargeboten haben. Und so ging das los. Klingt super. Und lass uns noch ein Stück Teilhabe an deiner Jugendzeit. In welche Schule bist du gegangen in Radebeul? Ich bin tatsächlich in Radebeul in die Otto-Buchwitz-Schule gegangen die ersten Jahre und dann später wurde eine neue Schule gebaut. Das ist heute das Gymnasium Luisenstift. Georg Weick damals, ne? Ja, genau. Zwischendrin Georg Weick und im Gymnasium Luisenstift. Im heutigen Gymnasium Luisenstift hatte ich auch unter anderem dann Veranstaltungen schon, wo wir gesagt haben, Jugendweihe oder was auch immer anstand. Da kann die Corinna doch mal singen. Also solche Sachen habe ich schon gemacht. Und dann warst du ja immer Solo oder gab es da auch schon wie so eine Band? Eine Schülerband gab es nicht, aber wir haben dann, Singeklub hieß das damals, weiß nicht, ob das überhaupt jemand noch kennt. Singeklub in der DDR, genau. Oder in der Schule, ja. Und mein Musiklehrer, der Herr Zuckerriedl, wird vielleicht dem einen oder anderen, der jetzt reinhört, was sagen, der hat mich dann wirklich tatsächlich auf den Weg gebracht und gesagt, Mensch, hier, zack, mach doch was draus. Und dann gab es die ersten Ausscheide, also direkt so als Leistungsvergleich und von der Musikschule, wo man vorsingen musste vor der Jury und bestehen musste. Und da gab es dann auch direkt schon Prädikate, die vergeben wurden. Also Prädikat, sehr gut, stand bei mir dann auf der Urkunde. Ja, und da habe ich mich dann auch unter vielen Mitbewerbern immer durchgesetzt. Und das war schon stark und ging halt aber in die Richtung Klassik. Also völlig anders dann. Okay. Und das war damals auch denn, also warst du dadurch auch bekannt? Nein. Weil es gab ja nie so wie jetzt, so diese digitalen Medien und jeder, der hier, ich sage jetzt mal, selbst wenn es irgendwie eine Schülerbende ist, die irgendwo auftritt, die haben dann irgendeinen Kanal und dann sind die Eltern da und die Eltern von den Eltern und so weiter. Deswegen halt die Frage, kannte man da die Corinna schon? Also meine Schulkameraden und vielleicht aus der Schule, der eine oder andere hatte vielleicht dann ein Bild, aber letzten Endes ist das doch eher alles ein bisschen so im Verborgenen geblieben. Und also öffentlichkeitswirksam wurde es auch mit dem Chor oder was man so parallel noch laufen hatte nicht. Das ging erst mit der ersten Band dann los. Die hatte ich dann parallel zur Musikschule, gab es eine Entscheidung von meiner Seite, beziehungsweise auch vom Elternhaus her, wie geht es denn beruflich weiter und meine Vorstellung eben Sängerin zu werden, ging in die Richtung, also wenn dann Klassik. Und dann gab es auch schon die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule und das lief alles gut und ich wollte aber Tanzmusik machen. Und dann war noch ein kleiner Haken bei der Sache, den haben die einen oder anderen in ihrer Biografie sicherlich auch. Das Parteibuch hat gewunken und da konnte ich mich nicht aus Überzeugung hergeben und da habe ich gesagt, nee, also dann suche ich mir eine Band und so war es dann auch. Dann habe ich in Kosswig hier in der Gegend meine erste Band gefunden und habe vorgesungen und dann, ja, weil ich aus der Klassik kam, war es natürlich alles ein bisschen schwieriger. Aber wir haben dann gekämpft, die ersten 14 Tage habe ich mir das Programm drauf gedrückt und dann ging das schon los, die ersten Auftritte in Radeberg, im Saal und dann sind wir jedes Wochenende unterwegs gewesen. Was war das für eine Musik dann? Also das war dann richtig Tanzmusik, also wir haben Schlager querbeet und alles, was so an Oldies und so Tanzmusik eben da war und was man machen konnte. Wir hatten ja damals mit der Einstufung auch noch diese Vorgaben, dass man viel DDR-Musik spielen sollte und ich kann mich erinnern, ich glaube außer der Jugendliebe von Ute Freudenberg habe ich, glaube ich, nichts im Programm gehabt, was an DDR-Musik erinnert. 99 Luftballons? Eine Nena. Die würde man heute singen. Es ist ja nicht DDR. Es war ja aufgeteilt. Also wir hatten die 60-40-Regelung, also 40 Prozent westliche Musik durfte man spielen und aber 60 Prozent musste DDR-Mucke laufen. Genau. Aber dein großer Traum war es schon im Prinzip, mit deiner Stimme am Ende Geld zu verdienen, also dass das zu deinem Beruf führt. Ja, aber Mutti und Vati haben dann gesagt, du lernst einen anständigen Beruf. Dem habe ich mich dann natürlich gefügt und dachte, okay, dann machst du das parallel, hast du die Band. Und was war anständig? Na, anständig ist Bürokauffrau. Aber du kann man am Ende immer gebrauchen, ne? Die Bürokauffrau, die in welcher Band gespielt hat, wie hieß eure Band? Die Gruppe hieß Carly und die Bürokauffrau hat ja den Nutzen noch gesehen. Also wenn ich Bürokauffrau lerne, habe ich dann so gedacht, dann kann ich stenografieren und mit Stenografie kann ich die Texte, die ich im Radio höre, ganz schnell mitschreiben. Heute kriegst du ja alle digital, aber zu der damaligen Zeit musste ich die mir im Deutschlandfunk mithören und von Hand mitschreiben. Na, viele haben die aufgezeichnet. Ja, Kassettenrekord. Dann abgeschrieben. Ja, ich hatte, na tatsächlich, ja. Na klar, das war die Zeit, ne? Tonbandgerät, diese großen Tonbandgeräte, da habe ich meine ersten Aufnahmen drauf gemacht, Gesangsaufnahmen. Da gab es ja so, war so ein ganz kleines Mikrofon, ich weiß gar nicht, was das für eine technische Voraussetzung hatte. Aber es war eben, man konnte sich mal hören und man konnte mal spiegeln, wie das klingt. Und bei Auftritten konnten wir ja damals auch noch nicht mitzeichnen, das war auch noch nicht so einfach, ne? Aber wir hatten einen riesengroßen LKW, mit dem sind wir dann immer des Nachts losgefahren, zu Auftritt XY und immer die komplette Anlage mit dabei. Und da waren aber alle Musiker immer zusammen. Also wir saßen immer zusammen in diesem Wagen und einer ist gefahren, der durfte nichts trinken. Ja, wenn du parallel gelernt hast, warst du ja auch noch sehr jung damals, ne? Das musste ja so um die 18 Jahre gewesen sein, in der Hochzeiterband dann demzufolge. Ja, ja, ich war noch ganz jung. Das klingt aber auch schon ganz schön professionell. Also so mit LKW irgendwie losfahren, Soundanlage aufbauen, also wie auch immer das damals war, aber so stelle ich mir das jetzt vor, wenn man ein LKW braucht. Das Soundanlage aufbauen, das war damals Schwerstarbeit. Ja, richtig. Das ist nie wie heute, wo einer mit seinen zwei kleinen Boxen reinrollt und da kannst du einen Auftritt machen. Da wurden auch kleine Auftritte, waren da schwer, ne? So eine Endstufe, was hat die gewogen? Genau, und die war immer kaputt. Die Endstufe war immer defekt. Ich weiß ja nicht, wo die Jungs und wie die Jungs das repariert haben, aber da habe ich mich dann nicht in der Pflicht gesehen. Aber ansonsten war es schon ein cooler Zusammenhalt. Wir waren eben eine dufte Truppe und unser Techniker, unser damaliger Techniker, dürfte heute in der Börse sitzen als Tontechniker. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es noch Kontakt zur alten Band? Also es hat sich ein Stück weit verloren, weil ich dann kurz nach der Wende tatsächlich zehn Jahre in Baden-Württemberg gelebt habe. Da hatte ich eine große Partyband, mit der ich Musik gemacht hatte. Die hießen Summertime und bei Baden-Baden. Und mit denen habe ich dann die Top 40 aus der Hitparade immer abspielen müssen. Und mein Englisch war ganz schlecht, weil ich ja kein Schulenglisch hatte. Und von daher war das… Das muss ich singen müssen, ne? Das war anstrengend. Also immer die englischen Texte lernen, mitschreiben, dann ausländisch lernen. Also das war schon, das war schon, ja. Aber gut. Wem sagst du das? Also mein Englisch ist jetzt auch auf dritter Klasse Niveau wahrscheinlich. Aber es hat dir ja trotz alledem geholfen, wenn du in so einer Band mit so englischen Texten und dem ganzen und das ganze Business, das hast du ja dort im Prinzip dann weiter reingerochen. Und hast du parallel dazu dort drüben als Bürokauffrau gearbeitet? Oder wie stellt man sich das vor? Na klar, richtig, genau. Dann noch ein Kind bekommen. Ja. Und den habe ich mir aber dann wieder mit hierher genommen. Ja, also mein Sohn war dann… Also du bist deiner Liebe hinterhergezogen nach Baden-Württemberg und dann bist du wieder zurückgekommen. Genau, weil es mit der Liebe nicht so richtig geklappt hat, habe ich dann gedacht, okay, wieder zurück. Wie war es in Baden-Württemberg? In Baden-Württemberg war es, ja. Also es hatte irgendwie sowas Anheimelndes und sowas, wie soll man das sagen, so entschleunigend war das. Die Berge, die Weinberge wie hier in Radebeul, also tatsächlich haben die auch sehr schöne Weinberge und auch einen tollen Wein. Den, den Affentaler. Ja, hat auch eine besondere, ist eine besondere Flasche, ist so ein Affe, der die Flasche umklammert. Also ich habe auch noch Verbindungen zu Baden-Württemberg. Zu den Musikerkollegen von früher tatsächlich nicht mehr so, weil die Wege trennen sich dann. Also es ist ja überall, jeder macht dann irgendwelche Projekte. Ein Schlagzeuger hat aufgehört, dann der Bassgitarrist hat gesagt, ach nö, ich mache es, der eine hat es professionell gemacht. Die Band war semiprofessionell, also doch, aber mit Einstufung, denn zu DDR-Zeiten konnten wir ja gar nicht auftreten sonst. Das ging sonst nicht, gab es keine Möglichkeiten. Und ja, dann kam halt die Wende und da war das dann auch alles ein bisschen, es driftete alles ein bisschen auseinander. Klar, man weiß schon noch, der eine oder andere macht dies, macht das, weggezogen oder mit einer anderen Sängerin zusammengekommen. Also ist schon bunt. Aber du bist so kurz nach der Wende weggezogen? Ich bin kurz nach der Wende. Da hast du ja dann sozusagen zehn Jahre hier nicht verbracht und kommst dann wieder, das muss ja eigentlich wie in einer anderen Stadt gewesen sein, oder? Also zehn Jahre ist ja schon, da müsste schon viel passiert sein hier. Es ist wie ein Neuanfang. Also hier ist wirklich tatsächlich viel passiert und ich habe die ganzen Kontakte aus der Schulzeit dadurch auch ein Stück weit aus dem Auge verloren. Und ja, dann fängt man halt wirklich von null an. Dann war auch Familie und Kind erst mal Priorität und die Musik ist dann ins Hintertreffen geraten. Also auch viele Jahre, wo ich dann prioritär gesagt habe, auch meine Mutter und meine geistig behinderte Schwester, das war dann auch noch so eine Familiensache, die wichtig war, wo ich gesagt habe, okay, dann ist halt die Musik jetzt erst mal hinten dran. Und man zieht dann ein kleines Kind groß. Ich war viele Jahre dann alleinerziehend, also bestimmt auch acht, neun Jahre alleinerziehend. Und ja, Schulwechsel, Umzüge, so verschiedene Stationen, was andere ja sicherlich auch kennen in ihrem Leben. Und da musste man sich irgendwie immer beweisen. Und mit Musik war da erstmal nicht wirklich viel. Ja, aber wie heißt du, da kommen wir vielleicht, dann habe ich nämlich mir extra aufgeschrieben, so der Musik als Leidenschaft. Und wenn man das trennt, da steckt ja das Wort Leiden und Schaffen drin. Und das, zumindest wenn man deine Biografie oder dieses Übermilch auf deiner Webseite und so alles liest, merkt man ja schon so, okay, die Musik ist schon deine Leidenschaft. Aber es ist jetzt auch kein klassischer roter Faden, sondern wurde schon ganz schön oft mal durchgeschnitten und musste wieder einen Knoten rein, so vom Gefühl her. Aber wie, das wollte ich jetzt nämlich fragen, wie hast du denn Radebeul in Erinnerung, also als du nach zehn Jahren wiedergekommen bist, ist ja schon wie, okay, wie hat sich Radebeul für dich damals angefühlt? Als ich weg bin, hat es sich so angefühlt wie, ich muss hier raus und ich brauche Freiheit und muss mich verändern. Weil natürlich auch dieses Zuhause, was man hatte, es gab keine Wohnung, man war irgendwo, ja, in einer gewissen Abhängigkeit auch drin. Und ich wollte natürlich auch mein eigenes Leben auf eigene Füße stellen und wollte da einen eigenen Start finden. Und das habe ich ganz gut durch diese Trennung, durch diese 650 Kilometer Trennung, die da war, ist schon extrem weit weg, ne. Da habe ich das ganz gut hinbekommen und bin sehr selbstständig geworden und konnte mich dann auch anders orientieren, als ich das vielleicht vorher gemacht habe. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, habe ich die Stadt natürlich immer noch als Heimat empfunden. Hast du wiedererkannt? Naja, natürlich, auf jeden Fall. Aber es war auch immer so ein Zwiespalt. Wenn ich von Radebeul nach Baden-Württemberg gefahren bin, war dort meine erste Wohnung. Das war mein erster Start in mein Leben, in mein eigenes Leben. Und das war schon was Besonderes. Und da war dort Heimat und hier Heimat. Es waren zwei Heimaten eigentlich. Es war so geteilt. Aber der Entschluss stand dann halt fest, weil ich mir das nicht zugetraut habe, alleine mit einem kleinen Kind, so weit weg von der Familie. Und da war die Verbindung auch zu Radebeul immer da. Also meine Eltern haben hier in Radebeul immer ein Einfamilienhaus gehabt und jetzt nicht mehr. Aber damals, zu der damaligen Zeit, ja, da war das schon immer ein schönes Nachhausekommen. Es war immer irgendwo Raum und Platz. Und man konnte dann auch wieder die eine oder andere Freundschaft besuchen und Gespräche führen. Aber Musik war eben dann nicht mehr so vordergründig, als ich wieder zurückgekommen bin. Ich frage deshalb, weil das finde ich halt wirklich interessant. Wir haben ja auch ein paar Hörer und Hörerinnen, das hätte ich ja letztes Mal gesagt, so tatsächlich in der Welt verteilt. Und es gibt ja auch welche, die hier aufgewachsen sind und, keine Ahnung, in Halle studiert haben oder in Leipzig leben, in Berlin leben und so weiter. Und trotzdem ja auch mit Radebeul verbunden bleiben. Manche kommen ja auch wieder. Und wie das halt ist, wenn das jemand erlebt hat, was für ihn dann so Radebeul ist, das ist schon tatsächlich spannend. Und vielleicht findet ja auch der ein oder andere, der das jetzt hört und woanders lebt oder auch weg musste, wollte und wieder da ist, sich da irgendwie wieder. Und Radebeul als Heimat, könntest du dir trotzdem vorstellen, auch Radebeul wieder zu verlassen? Tatsächlich nicht mehr, nee. Also ich habe viel darüber nachgedacht, auch über dieses Thema, was mir Radebeul bedeutet. Und ich habe mich mal mit jemandem unterhalten und die Dame sagte dann so, einmal Radebeul, immer Radebeul. Und irgendwie, so nach dem Zurückkommen, war das keine Frage mehr. Es ist tatsächlich so, dass die Liebe natürlich immer ein großer Faktor ist. Gab es denn die hübschen Männer, ja? In Radebeul, nee. Also ich glaube, ich war nur einmal mit einem Radebeuler zusammen in meinem Leben. Und ja, ansonsten waren es nicht so viele. Und ja, also die Verbindung zu Radebeul muss man, glaube ich, selber spüren. Wenn man hier groß geworden ist, wenn man diese Stadt kennt, ist das was anderes, als wenn man zuzieht oder wenn man reinheiratet oder irgendwie sowas. Sowas kann man ja, glaube ich, auch aufbauen. Natürlich kann man das aufbauen, dann die Liebe zur Stadt, ja. Aber das empfindet, glaube ich, auch jeder anders. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber für mich ist jetzt die Entscheidung oder der Entschluss in den letzten Jahren jetzt auch gereift, dass ich Radebeul nicht mehr verlassen möchte und dass ich hier auch alt werden möchte. Also das ist ja auch eine Entscheidung und da trifft ja jeder vielleicht auch eine andere. Aber da können wir ja vielleicht gleich mal zu deinem aktuellen Song kommen. Hast du den Einspieler parat? Und das sind Übeleinungen? Ja, weil ich die Frage ja bewusst gestellt habe. Ich habe gesagt, Himmelsflieger, das bedeutet für mich ja nie unbedingt, ich muss unbedingt in Radebeul bleiben. Das klingt ja eher so, als bin ich komplett frei. Ah, okay, stark. Das stimmt. Ich habe erst gedacht, okay, jetzt reden wir gerade überall, jetzt bringen wir einen Song rein. Und da dachte ich mir, okay, das war die Frage zum Song. Ja, da habe ich natürlich nicht mitgeschalten. Nee, ich auch nie. Das hast du ja gemerkt. Aber deswegen bin ich ja da, das ist ja kein Problem. Nein, vielleicht, wir sind ja vorbereitet und man kann ja tatsächlich sagen, wenn man das jetzt noch nie so weiß, also ich glaube, jeder weiß, was Schlager ist und hat da irgendwie eine Vorstellung. Und wenn wir jetzt dein Lied dann gleich hören, jetzt ist das vielleicht schon wie so eine Radioanmoderation, wenn wir dein Lied gleich hören, dann würde jeder wahrscheinlich sofort erkennen, dass es Schlager ist. Oder? Ja, davon gehe ich mal aus. Das ist aber auch schon, das finde ich schon gut, weil es gibt ja auch schon viele Querbereiche von Schlager, wo man es vielleicht nicht mehr erkennt und der immer sagt aber, nee, das ist Schlager. Na, ich möchte es jetzt mal hier so ein bisschen laut, wir ziehen es jetzt hier noch ein. Sind wir weit weg vom Taktgefühl? Die Emotionen sind noch wach. Heute Nacht. Ich denke, das war mal ein kurzer Eindruck. Das finde ich sehr beeindruckend. Der Song ist seit dem 15.01. auf dem Markt im Prinzip. Man kann den sich runterladen. Überall dort, wo es Podcasts gibt, gibt es wahrscheinlich auch die Schlagersongs von Corinna Anders. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und das ist vielleicht so eine kleine Überleitung zu meiner nächsten Frage, die darauf abzieht, wie ist es denn dann? Also aus dem, was du uns jetzt erzählt hast, war Schlager ja jetzt nicht zwingend das, wohin es gehen muss. Und du hast gesagt, du hast ganz viel West-Songs gesungen zu DDR-Zeiten etc. Der DDR-Schlager, da wird ja dann wahrscheinlich nie das Zugpferd gewesen sein, was dich am Ende davon überzeugt hat, zu sagen, ich mache Schlagermusik und es ist mein Leben, meine Leidenschaft. Wie ist es dazu gekommen? Also das ist dazu gekommen, weil Schlager bei uns in der Familie ganz groß geschrieben war und zu jeder Gelegenheit eben die deutschsprachige Musik gespielt wurde. Und das war auch das, was ich mir tatsächlich schnell einprägen konnte und was bei mir hängen geblieben ist. Also da gab es ja früher Künstler, die im Fernsehen halt hoch und runter liefen und jeden Samstagabend, weiß nicht, ob ihr das auch kennt, gab es dann immer so diesen Familienabend, Samstagabend vorm Fernseher mit einem Kessel buntes. Das ist nicht meine Zeit, aber später saßen wir auch gern vor Scherben. Ich kenne das auf jeden Fall, aber Robert wahrscheinlich ist dazu gekommen. Ich kenne das dann eher mit Oma und Opa, wo wir dann hier die Schlager-Hitparade und diese ganzen Sendungen, die es ja mittlerweile auch nie mehr so viel gibt, so Schlagersendungen, ist ja schon sehr reduziert im Fernsehen. Also ich glaube, da bist du falsch informiert. Ich habe jetzt erst wieder Schlager, Schlager-Boom oder wie heißt das? Schlager-Boom und also ja, es ist schon in den öffentlichen… Also mit Florian. Ja, ja, Florian. Von zwei Stunden hat Helene Fischer eine halbe, das ist auch schon immer vielleicht ein bisschen überzogen manchmal. Ja gut, das ist natürlich nochmal ein Kapitel für sich. Das muss man auch erstmal durchschauen. Und selbst da, also das braucht bei mir auch noch lange, bis ich da überhaupt erstmal verstanden habe, wie diese ganze Materie da gestrickt ist. Also für mich persönlich ist Schlager deswegen wichtig, weil es eine Sprache ist, die jeder versteht, weil ich mich damit ausdrücken kann und weil ich schon als junges Mädchen Songs geschrieben habe. So heimlich im Zimmer, im Kinderzimmerchen und also die ersten Songideen und das war halt was, wo ich immer so gedacht habe, Mensch, das kannst du auch, was die machen. Und mit der Umsetzung hat es halt gehapert, weil Ost, West und es waren so viele Dinge, die eben anders waren und ja, anders halt. Deswegen auch Corinna anders. Hast du auch ein Instrument dazu gespielt? Hast du Gitarre oder irgendwas, wo du dich begleitet hast? Ich sollte als junges Mädchen in der ersten Klasse, haben sie mir Violine aufgedrückt und das war dann schon, wie du gesagt hast, Robert. Wolltest du oder musstest du und mit müssen geht bei mir leider nichts. Also sobald da so ein Zwang dahinter ist, da schalte ich ab oder bin ich raus. Und das war dann was, wo ich dann auch gesagt habe, nee, also ist nicht so meins. Die Fingerchen taten weh und irgendwie war so der Zwang, das war nicht so das Kreative, was ich wollte und konnte ich mich nicht so austoben. Und mit der Prüfung für die Aufnahme, mit der Aufnahmeprüfung für das Studium in Dresden, für die Musikhochschule, musste mein Klavier lernen. Und ja, da habe ich so die ersten Monate angefangen und dann kam aber die Band, dann kam noch die erste Liebe und dann war das Klavier nicht mehr so wichtig. Und es ging ja auch so, ne, und Geld verdienen ging auch parallel noch dazu. Also ich meine, ich muss sagen, wir sind jedes Wochenende aufgetreten auf irgendwelchen Tanzsälen, zu irgendwelchen Tanzveranstaltungen. Ich konnte mir damals noch nicht mal merken, wo wir hingefahren sind. Ich habe auch kein Buch geführt darüber, aber es war so extrem anstrengend. Die Woche Arbeiten von 7 bis 16 Uhr und im Büro einmal in der Woche dann Probe, einen Probenraum in der Börse in Kosswig haben wir geprobt. Und dann ging es am Freitag Nachmittag zur Veranstaltung bis morgens früh um drei, vier, ich weiß es nicht mehr, dann ein bisschen eine Mütze schlafen. Dann ging es nachmittags wieder um vier oder um drei zur nächsten Veranstaltung, wieder eine Mütze schlafen und Sonntag war da noch ein bisschen Wäsche waschen und dann Montag wieder arbeiten. Und so sah die Woche und die Jugend aus und entsprechend habe ich natürlich ganz wenig davon mitgekriegt, was so um mich rum passiert. Also da waren die 80er und da war so viel um mich rum und ich habe aber andere bespaßt und habe Musik gemacht. Ich habe fast schon einen Rockstar-Leben. Ich habe noch einen Karlauer mitgebracht, dein Papa war aber nie Thomas Anders, oder? Ja, der ist flach, tut mir leid. Wir haben nichts Anders erwartet, oder? Aber in dem Zusammenhang vielleicht nochmal zurück. Also du bist wieder nach Radebeu gekommen, hast dich neu strukturiert, hast dich neu gefunden und hast irgendwie dein Leben zurechtgeruckelt. Und dann kam ja irgendwann die Entscheidung zu sagen, okay, ich will trotzdem wieder auf die Bühne. Ob es jetzt die Große, die Kleine oder was auch immer ist. Und da kam der Zufall. Das wäre die Frage gewesen. Das wäre die Frage gewesen, genau. Also es war weniger die Entscheidung, es war eher so, bei einer Veranstaltung habe ich meinen Produzenten, den André Stade, kennengelernt. Und irgendwie hat es sich rumgesprochen, dass ich halt ein bisschen singe. Und ich habe 2013, nachdem meine geistig behinderte Schwester gestorben ist, habe ich meinen, das war für mich der entscheidende Punkt. Da habe ich für mich entschieden, ich muss was mit der Musik machen, ich muss wieder anfangen. Weil das immer der rote Faden war, der sich durch mein Leben gezogen hat und der mich begleitet hat. Und da habe ich meine Gewerbeanmeldung gemacht und von da an eine eigene kleine Anlage gekauft, Playbacks gekauft und bin dann so auf kleinen Veranstaltungen aufgetreten. Und darauf sprach mich dann André Stade bei einer Veranstaltung an. Und da habe ich so aus Spaß gesagt, naja, ich singe so ein bisschen in der Küche. Ich habe das gar nicht ernst genommen. Und irgendwie ist dann ein Vorsingen bei ihm entstanden und daraus hat sich dann diese Produktion, also diese Albumproduktion ergeben. Also wir haben dann ein komplettes Musikalbum zusammengebaut, also mit Komposition bis hin zum Songtexten, alles dabei, Höhentiefen, alles durchgemacht, was man so braucht und nicht braucht und viel gelernt. Und es war eine sehr gewinnbringende Zeit und das Album habe ich letztes Jahr veröffentlichen dürfen. Wie lange hast du gebraucht für das Album? Also wie lange hat es gebraucht? Das ist schon ein langer Prozess. Also wenn man so überlegt, dass eine erste Songidee erstmal entsteht und es ist unterschiedlich. Also es kann passieren, man hat innerhalb von fünf Minuten einen kompletten Songtext mit Melodie und singt dann auf sein Handy und sagt so, hier, das ist es. Oder man feilt dann eben nochmal an der Songidee rum und sagt dann so, na nee, irgendwie fehlt noch was und da müssen wir nochmal. Oder man sitzt eben direkt neben seinem Produzenten, der irgendwie am Laptop oder am Keyboard was spielt oder irgendwo rumkruschelt und sagt hier, nee, stopp, muss nochmal raus. Das musst du schneiden. Ach, ach, das war so niedlich, alles gut. Nee, 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 weil am Laptop kannst du ja nicht, am Laptop kannst du nichts spielen, das war jetzt Käse, was ich erzählt habe. Also er spielte immer am Instrument und das hat er natürlich öfters mal so gemacht und dann kamen manchmal einfach so Musikfolgen, wo ich so gesagt habe, das ist was. Und da greift man total ein oder geht drauf ein und hat schon die ersten Songtexte dann wieder parallel geschrieben oder schreibt dann parallel gleich mit. Und so haben wir, so hat sich das entwickelt und die, ja, also wie lange, es sind schon Jahre, die wir gebraucht haben, bis das Album dann sozusagen fertig war. Ja, weil auch ein Produzent dann natürlich an jedem Song nochmal arbeitet, Nacharbeit hat, ein Arrangement macht, das komplette Orchester, was hinter diesem Song steht, ja auch aufbauen muss. Das ist schon extrem viel Arbeit, was dann dahinter steckt. Und das passiert halt dann alles im Studio. Genau. Darf ich nochmal zu deiner Initialzündung was fragen, weil das steht halt auf deiner Webseite auch, dass deine Schwester verstorben ist und dass das für dich so ein Moment war, wo du gesagt hast, das wirst du irgendwie angehen? War das, weil du denkst, dass sie sich das gewünscht hätte? Oder war das, okay, bevor es mich jetzt trifft, würde ich es wenigstens nochmal probiert haben? Vielleicht ein Stück weit beides, aber die Intention war doch schon eher die, dass ich gesagt habe, was in deinem Leben willst du hier hinterlassen auf dieser Welt? Also was ist deine Aufgabe? Also eher so hintergründig für mich selber dann auch hinterfragt, was mache ich hier? Warum bin ich da? Und ich habe ja dieses Talent von lieben Gott nicht einfach mal so in die Wiege gelegt bekommen, sondern es ist ja doch eine Lebensaufgabe, was daraus zu machen. Und die Menschen haben immer Freude dran, wenn ich mich präsentiere mit meinen Songs oder was vorspiele, vorsinge, bei jeder Familienfeier oder was auch immer, bin ich dann auch angesprochen worden, kannst du nicht mal hier, kannst du nicht mal da. Im Kollegenkreis hat es sich rumgesprochen. Im Kollegenkreis war es auch ganz extrem, dass die Leute dann auch gesagt haben, Mensch, mit der Stimme und wieso machst du da nicht was anderes? Und es ist eben viel von den Faktoren ab, was, hängt viel von den Faktoren ab, was so um dich rum passiert. Welche Möglichkeiten du hast, welche Kontakte du hast, welche Beziehungen man hat. Und davon hängt so wahnsinnig viel ab im Leben. Und trotzdem muss man eben aus eigener Initiative und eigener Kraft eben handeln. Ja, auf jeden Fall. Und so von eigenem Willen heraus und dann auch was erreichen wollen. Ja, genau. Intrinsisch irgendwo motiviert sein, genau. Das finde ich auch so beeindruckend. Das habe ich dir ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass mich das, weil das ja wirklich eine Eigenschaft ist, die die wenigsten Leute in sich tragen, einfach auch mit Kritik umzugehen, mit dem. Und immer wieder anzufangen und immer wieder aufzustehen und zu sagen, okay, komm, lass mich weiter an meinem Traum arbeiten, wie auch immer. Aber das ist, denke ich, was auch heute die Sendung einfach nach draußen mitgeben soll. Dass man eben wirklich nie nach dem ersten Fehlschlägen sagt, okay, ach Gott, ich bin vielleicht doch zu dämlich. Oder bloß, weil irgendjemand gesagt hat, das ist jetzt nie so dein Ding, das gefällt mir nicht. Da muss man einfach wirklich dranbleiben und auch wirklich sagen, jawohl, ich will das, ich kann das und ich werde es euch beweisen. Und das finde ich jetzt gerade in deinem Fall sehr beeindruckend. Viele Leute, die probieren was, merken, es geht nie, machen was anderes, bis sie vielleicht irgendwann was finden, was ein bisschen geht. Aber am Ende zu sagen, okay, nee, ich gehe das Trains auf meiner Linie weiter und mache da was draus, das verlangt schon Respekt ab, also aus meiner Sicht. Und das ist auch was für Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt mit Schlager vielleicht nichts anfangen können, weil, ne, wo wir uns kennengelernt haben, weil Schlager ist jetzt auch nie meine Musik. Aber so grundlegend die Story dahinter, finde ich wirklich toll und die kann eigentlich, da kann jeder was mitnehmen. Da wäre die Frage, woher nimmst du eigentlich deine eigene Power? Weil wenn du sagst, du gehst noch nebenbei arbeiten, du machst Musik, hast einen Sohn großgezogen, wo kommt deine Power her? Ja, das ist, das ist einfach da, also das ist wie, das kommt aus der Seele, ich kann das gar nicht beschreiben. Also wenn es um die Musik geht, dann ist das auch was Heilsames, also es ist wirklich etwas, was mir gut tut, was anderen gut tut. Ich bin sowieso ein sehr emotionaler Mensch und ich verbinde damit immer irgendwo Liebe, Freude, also diese ganzen positiven Dinge im Leben. Und wenn ich jetzt so auf die Schicksalsschläge in meinem Leben schaue, immer wenn es mir schlecht ging, hat die Musik geholfen. Immer wenn irgendwas passiert ist, was ich nicht, ja, wo ich Probleme hatte, das zu verarbeiten oder was richtige tiefe Schicksalsschläge waren, dann war die Musik da und hat mich aufgebaut. Und die Musik ist halt einfach heilsam, das ist so. Und das ist auch für viele Menschen. Nun ist Schlagerpublikum jetzt überwiegend, ich will es jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt so festmachen, aber es gibt schon eine große Zielgruppe, die sehr einfach gestrickt ist im Schlagerbereich. Und ich bin froh, dass sich das ein Stück weit gewandelt hat, muss ich Helene Fischer mal erwähnen, weil ich glaube, sie hat den Schlager revolutioniert und sie hat ihn modern gemacht. Und damit ist natürlich auch in meinem Leben ein Stück weit was passiert, weil es vorher schon auch so war, dass ich mich zeitweise tatsächlich dafür geschämt habe, zu sagen, ich bin Schlagersängerin, weil es belächelt worden ist. Und keiner tatsächlich weiß, was dahinter steckt und was man für Energie reinsteckt und was es für eine Lebensaufgabe ist. Und wenn man dann irgendwann an den Punkt kommt, dass man sagt, okay, ich wäre immer älter, aber das will ich unbedingt noch reißen, das muss unbedingt in meinem Leben noch passieren. Dann kann es sein, dass es immer noch Menschen gibt, die einen belächeln und sagen, auch Mitte 50 stellt die sich hier noch hin. Aber ich sage mir ja, aber das ist meine Aufgabe und ich habe es halt mit dem Album auch geschafft, ein Zeichen zu setzen und für mich irgendwo mein Ziel zu erreichen. Ich habe auch gerade gelächelt, weil ich gerade in meinem Kopf gesehen habe, wie du auf die Bühne geschwebt kommst, an so einem Drahtseil hängend. So ein Spagat. Aber egal. Sag noch mal was, wie gehst du mit Kritik um? Also wenn jetzt jemand wirklich sagt, okay, oder irgendein Betrunkener sagt, du hast scheiße gesungen, wie macht man das? Das tut weh. Also das kann ich schon so sagen, also es trifft einen wirklich richtig ins Mark. Es ist egal, ob 100 Leute vorne stehen, die finden es gut und einer ist dazwischen und der kritisiert dich. Das trifft dich am meisten. Also da nimmst du auch gar nicht mehr dieses Positive wahr und dann zweifelst du an dir. Ich weiß nicht, ob andere Künstler auch so sind, aber ich höre es von den einen oder anderen Kollegen schon auch raus, dass sie sich das alle sehr zu Herzen nehmen. Und dass es schon sehr vernichtend teilweise ist. Es ist auch sehr, also man wünscht sich ja im Grunde, wünscht sich ja jeder Mensch irgendwo eine gewisse Wertschätzung für das, was er tut. Und es ist halt teilweise auch sehr respektlos, was da abgeht. Also auch in den Social Media kommen manchmal unter den, ob man Videos reinstellt oder irgendwelche Sachen postet, Fotos, was auch immer, da kommen schon manchmal so Beiträge, wo man sagt, Leute, wenn es euch nicht gefällt, schaut nicht hin, aber müsst ihr es noch kritisieren. Und oftmals ist es auch so, dass es Menschen kritisieren, die selber vielleicht nicht irgendwie was leisten oder was auf die Kette kriegen. Das ist dann immer noch das, was einen dann noch traurig macht. Aber das ist ja am Ende auch das, was einen eigentlich aufbauen sollte. Also wenn man sich das vor Augen führt, dass man sagt, okay, man hat Kritik von Leuten, wo man weiß, sind eigentlich Pfeifen. Und das ist ja meistens oder sehr oft so. Ich weiß, das ist vielleicht schwer jetzt umzusetzen. Und so mal, wenn man sehr emotional ist, wahrscheinlich noch viel mehr. Künstler sind ja allgemein wahrscheinlich auch sensible Seelen. Ja, ich glaube ja. Ja, deswegen sage ich auch nicht mehr Social Media, sondern digitale Medien. Weil mit Sozial hat es ja an vielen Ecken ja auch nichts mehr zu tun. Das ist richtig. Zumindest so die Kommentare. Ja, ja. Ich habe Schlager. Lass uns nochmal ein bisschen über Schlager reden. Das finde ich tatsächlich interessant, weil das ist ja überhaupt nicht mein Medieb. Ich kann mal so meine Schublade aufmachen über Schlager. Und da denke ich entweder so an junge Leute, die, ich sage jetzt mal, irgendwie auf dem Dorf Party zählt. Und dann geht es halt ab mit Alkohol und Schlager. Oder halt so der Klassiker irgendwie, ich sage es jetzt mal salopp, alte Leute Musik. Aber ich habe in der Vorbereitung mal ein bisschen geguckt und da habe ich gesagt, okay, es gibt auch viele junge Schlagersänger und Schlagersängerinnen. Und es ist, wie du jetzt vielleicht sagst, auch ein neuer Hype da, dass es generationsübergreifend jetzt gehört wird. Also die Generationen haben sich ganz schön vermischt. Also ich glaube mal, dass da auch dieses Produkt Helene Fischer einen riesengroßen Anteil dran hat, eine große Aktie dran hat, denke ich schon. Weil sie doch eine ganz breite Masse anspricht. Also von Kleinkind bis Alten Opi ist da alles dabei. Also querbeet. Die Konzerte sind gut besucht. Also es ist auch gut gemacht, auf jeden Fall. Also wenn man sich die Songtexte anhört, das ist halt nicht bloß so hier Tralala, sondern da stecken Geschichten dahinter. Und das ist ja das, was ich mit meinen Songs vermitteln möchte. Ich möchte ja jetzt nicht nur irgendwie so Schlager machen, weil es sich reimt oder ich möchte schon eine Botschaft damit aussenden. Also es sind schon Geschichten, die ich erlebt habe, zum Teil autobiografisch. Und das sollen sich die Zuhörer auch wiederfinden. Und vielleicht ist jetzt Schlager eine leichtere Form als jetzt vielleicht Jazz oder, ne? Aber ich glaube, Musik an sich hat immer eine Daseinsberechtigung. Auf jeden Fall. Das wäre meine nächste Schublade. Da habe ich gedacht, na okay, Schlager, da geht es eigentlich immer nur um Liebe und irgendwie Partnerschaft und yeah, alles toll und Herzschmerz und so. Und dann habe ich deine Texte gesehen und habe gesagt, okay, was hat die eigentlich für Texte? Und dann liest du halt, ja, hier hat sie den Tod von irgendeinem Mann verarbeitet. Also so sind dann schon, also es hebt sich schon irgendwie ab, oder? Also wenn es jetzt eine Frage ist, dann hoffe ich, dass es sich abhebt. Mir wird es zumindest vom Publikum so gespiegelt, dass die Texte wohl besonders sind und dass die inhaltlich sehr gut sind. Und das freut mich natürlich, weil ich ja zum Großteil die Songs eigenständig schreibe und weil ich da an meiner Seite mit meinem Produzenten, dem André Stade, auch jemanden habe, der mich immer wieder anstupst und mir Anregungen gibt, wie man es besser machen kann. Man will ja an der Aufgabe auch wachsen. Man will ja im Endeffekt, das ist wie wenn man, ich sage immer, wenn man ein Buch schreibt, das habe ich im Übrigen auch schon angefangen. Da kommt bestimmt auch mal was. Aber wenn man so ein Buch schreibt oder so ein Autor, so ein Buchautor, der macht sich ja auch Gedanken über seine Geschichte. Und es gibt immer irgendwo Menschen, die das interessiert. Und mir ist es wichtig, wenn das ein Fan oder ein Mensch ist, der sagt, es gefällt ihm, ist mir das wichtig, weil das authentisch ist. Wenn es aber jetzt irgendwo initiiert ist, zum Beispiel gerade über Social Media, wo so viel passieren kann, wo man sich irgendwelche Fans bei Facebook und Instagram kaufen kann oder was. Das ist ja dann nicht mehr echt. Deswegen baue ich mir das alles von selbst auf. Also auch das, was meine Facebook-Freundschaften oder Instagram zum Beispiel, was da entsteht und was da wächst, diese Fangemeinde und diese Menschen, die um mich rum sind, das passiert deswegen, weil die wirklich Interesse an mir haben. Und das ist mir wichtig. Und ich habe ja genauso an den Leuten Interesse, die sich das anhören. Also pflegt man dann auch diese Kontakte. Das ist mir nämlich aufgefallen, Entschuldigung, in deiner Instagram-Seite, das heißt nämlich Corinna Anders offiziell. Also schon wirklich wie so eine Profi-Seite. Da war nur meine Frage, wie viele Fake-Seiten oder Fan-Seiten gibt es denn dann von dir? Also von mir bestimmt noch keine, aber ich weiß, dass es eben bei richtig großen Sängern, die eben viele Medienauftritte, Fernsehauftritte haben. Und das ist ja bei mir nicht der Fall. Bei mir ist es ja, also ich glaube mal, die Träume sollte man realistisch haben. Und ich bin schon stolz, wenn mein Song im Radio läuft. Das ist schon was ganz Großes, gerade im MDR oder so. Also das ist dann schon, das ist schon klasse, wenn die Leute im MDR voten für deinen Song und da sich wirklich viele Leute beteiligen. Und man merkt, es hat Resonanz oder erzeugt Resonanz. Das ist dann schon schön. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, nee, das ist schon. Also ich nochmal zu meinem, als ich hier auch ab und zu schlage, da bin ich ja ganz ehrlich, ich höre jetzt keinen Schlager im Sinne von, dass ich da jetzt die ganze Zeit. Aber bei mir geht es ausschließlich um den Text. Definitiv. Also diesen Zirkus von Helene Fischer, das kann ich überhaupt nie angucken. Für mich ist Musik vermitteln von Gefühlen. Emotionen. Ob das jetzt ein Liedermacher ist, ob das wer auch immer ist, ich muss es auch verstehen, weil meine Sprache auch die deutsche Sprache ist. Und da kann es auch ein gut gemachter Schlager sein. Da muss keiner vor mir auf der Bühne mit 17 Leuten rumhampeln und mir irgendwas versuchen zu vermitteln. Da schalte ich ab. Also was ich damit sagen will, ist, dass es eben auch die andere Seite gibt, die wirklich sagen, okay, wir hören uns die Texte an und da ist es scheißegal, was es für Musik ist. Ob es Schlager ist, ob es was auch immer ist, ob es Rap ist oder wie auch immer. Aber der Text muss stimmen. Also das, für mich ist das eine ganz primäre Sache. Da gibt es ja von so einem, weil du sagst, der Text muss stimmen. Es gibt ja so einen DDR, ich weiß nicht, Comedy nennt man das ja da früher nie. Da saßen, haben die gesagt, waren beim klassischen Konzert und sagten, die Musikerstimmen. Hä, ich habe sie nie gezählt. Ja. Wie hießen die? Rolf Herrecht und Preil. Keil und Herrecht, genau. Musikerstimmen. Ich habe sie nie gezählt. Na, egal. Entschuldigung. War nur in meinem Gedanken. Habe ich gedacht, den teilt. Den kennen noch viele bestimmt. Die Sketche waren ja immer sehr, sehr erfrischend. Ja. Dann lass uns nochmal zurückkommen auf deinen neuen Song. Erzähl nochmal was drüber, wie es dazu gekommen ist. Ja, der Himmelsflieger. Ja, der Himmelsflieger ist schon so eine Beziehungskiste. Und Beziehungen spielen ja im Leben immer eine Rolle. Die Liebe auch. Und für mich ist Beziehung halt immer auch eine Verbindung zu den Menschen aufzubauen. Und in dem Fall war es halt so, dass die Verbindung irgendwo gestört war und man sich auseinandergelebt hatte. Und ich das aber auch nicht so richtig sehen wollte und versucht habe, die Beziehung wieder ins Leben zu rufen oder zurückzubringen. zurückzubringen da auf den Weg, der eben aus meiner Sicht eben zielführend ist, wenn man mit jemandem zusammen ist. Dass man eben nicht gleich aufgibt, dass man die Hoffnung behält, dass man dieses Vertrauen und was man sich in der Beziehung erarbeitet eben auch wertschätzt. Dass es was Besonderes ist und dass man nicht einfach so kampflos oder, ja, hinschmeißt und sagt, ach, es ist ja heute mit vielen Dingen so. Es wird eben einfach mal so ersetzt und das wollte ich eben mit dem Song zum Ausdruck bringen, dass es nicht schön ist, dass man vielleicht auch anders darüber denken kann. Und verändert sich da was mit dir, wenn du so das Musik draus machst aus deinen Gefühlen? Ja, man verarbeitet auch vieles, wo vielleicht andere zum Psychologen gehen. Und kannst du dann auch abschließen damit, wenn du es dann umgesetzt hast in ein Projekt oder in einen Song? Also viele Geschichten entstehen ja tatsächlich erst dann, wenn das Ganze auch verarbeitet ist. Da kommen dann so Erinnerungen an die eine oder andere Geschichte, wo man so sagt, Mensch, das ist ein Song wert. Es ist nicht alles jetzt aktuell passiert, was in meinen Songs beschrieben ist. Es sind auch Dinge, die in meiner Jugend mal waren oder so. Aber immer in Bezug zu einer bestimmten Person, das ist schon da. Und wie geht es dir damit, wenn du das dann mehrmals auf der Bühne vorträgst, singst, überkommen dich dann auch mal so die Gefühle? Weil du weißt ja, also du hast ja deine Gedanken im Kopf zu dem Text und auch diese Erinnerung dazu. Ist das so, dass dich das dann manchmal überwältigt? Oder wenn du es ganz oft machst, das ist dann wirklich eher so ein Abschluss? Nee, das kann man nicht sagen. Ich glaube, es ist von der Tagesform abhängig. Es gibt bestimmt Situationen, wo man sagt, oder wenn man jetzt vorher irgendwie vielleicht noch irgendwie was Schlechtes erlebt hat oder was Schlimmes erlebt hat, Unfall gehabt hat oder es ist irgendwie in Familienmitglied gestorben oder so, dann gibt es tatsächlich Momente, wo ich sage, ich kann das jetzt nicht singen. Das mache ich dann auch nicht. Aber im Grunde ist es so, dass ich, wie du schon vorhin gesagt hast, so junge Leute Party machen und sowas. Ich versuche ja, also alles, was um mich herum passiert, was ich mache, das organisiere ich ja zum Großteil selbst. Ich habe natürlich ein Label, was die Musik verbreitet und vermarktet. Das braucht man und auch ein Verlag, wo die Songs halt gelistet sind und wo die Songs auch dann bei der GEMA angemeldet werden etc. Das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte zu diesem kompletten, zu dieser Vorstellung. Die steht ja nur da vorne und muss singen und mehr muss die ja nicht machen. Also es ist ja oftmals so verbreitet, das Schlager ja einfach nur so ein bisschen Tralala, Halligalli und Spaß. Da steckt schon auch ein komplettes Unternehmen oder Schaffen dahinter, wie du es vorhin gesagt hast. Und die Auftritte, die ich habe, das ist mittlerweile so, dass mich auch die Stadtverwaltung mal anfragt. Radebeul oder welche Stadt? Na, die Radebeuler-Stadtverwaltung eher nicht. Was? Achso, ja. Da wären wir. Aber das können wir ja nutzen, um wirklich mal eine Kritik zu üben an unserem Oberbürgermeister. Aber zu seiner Entschuldigung sagen wir vielleicht mal, okay, das war jetzt nicht sein Tag, wo wir da auf Corinna Anders traf, die einzige wirklich gute Schlagersängerin, die wir in Radebeul haben. Da habt ihr euch irgendwie nie so richtig gefunden. Das wollen wir nochmal mitgeben. Das stimmt. Also mit dem Bürgermeister habe ich keinen guten Draht. Zumindest an dem Tag. Naja, ich weiß nicht, ob es am Tag lag, aber ich dachte, es war schon eher so eine generelle Entscheidung von seiner Seite, dass er eben doch andere Musik hier in Radebeul sieht oder andere Musik verbreiten möchte. Vielleicht muss ich ihm mal so mein Album rüber schicken und sagen, Mensch, Herr Wentsche, hören Sie mal rein. A, das und B finde ich auch, du machst ja auch viele Videos also zu deiner Musik. Ja. Und da ist natürlich auch sehr viel Radebeul zu sehen. Ja, weil… Das finde ich ist, was in Radebeul generell noch unterschätzt wird, dieser Wert, den es hat, wenn man in die Welt raus Videos mit der Örtlichkeit Radebeul an sich sendet. Und das geht dir ja genauso wie vielen anderen. Du hörst ja, also dich hören ja auch Leute, die nie mehr in Radebeul oder eben auch gar nicht keinen Bezug zu Radebeul haben. Die gucken sich das an und denken, okay, das ist aber schön, wo ist das denn? Und insofern denke ich, ist so ein Umgang mit Herbst und Weinfest, was auch immer, alles schöne Feste, aber eine überregionale Wirkung haben die in den seltensten Fällen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Also das ist ja… Und da muss man einfach nochmal vielleicht auch im Kulturamt darüber nochmal neu denken. Was ist denn Radebeul? Was macht denn Radebeul breit? Wie kann man Kultur, Tourismus einfach zusammenführen? Und wer macht denn Werbung für unsere Stadt? Und das sind ja letztendlich solche Menschen wie du, die sagen, okay, mit dem, was wir machen, verbreiten wir auch die Botschaft, Radebeul ist wunderschön. Ob das die Kleinbahn ist oder ob das, was wir immer haben. Also Bert, wenn du das hörst und ich hoffe, du hörst das, dann hoffe ich, du nimmst das auch so mit und denkst vielleicht nochmal drüber nach. Das ist wirklich ein interessanter Gedanke, da bin ich noch nie drauf gekommen, aber wo ich die Videos gesehen habe, die waren ja aus Radebeul. Also viele Drehorte habe ich hier in Radebeul, weil ich mich natürlich mit der Stadt identifiziere und weil es meine Heimat ist. Und was liegt da näher als das, was man um sich rum hat? Und kann man finden bei YouTube, wer jetzt denkt, wo sieht man jetzt, es gibt ja gar keinen Viva mehr oder MTV oder Schlagert TV oder wo könnte das sonst kommen? Also momentan schon alles auf YouTube veröffentlicht, die Videos, genau. Und ja, ich habe ja auch hier schon eine Kooperation mit euch. Genau, du hast doch schon. Und schon einen Drehort auch mit euch hier ausgedreht. Der Himmelsflieger ist. Ja, direkt hier bei euch im Haus haben wir den gedreht, genau. Nur an den Auftritten in Radebeul, das habe ich jetzt gesehen so aus deiner Vergangenheit, das heißt, du hast ja aufgelistet, wo du so aufgetreten bist. Da war jetzt Radebeul außer einem Fantreffen jetzt noch nie so wirklich vorhanden. Also da müssen wir vielleicht irgendwann mal ein bisschen dran drehen. Das ist richtig, das ist richtig. Mein erstes Fantreffen hatte ich letztes Jahr mit der Veröffentlichung meines Albums und ansonsten ist hier noch nicht so wirklich viel. Also private Auftritte eher mal, da spricht sich das so langsam rum. Aber ich glaube, jedes Unternehmen braucht eine Zeit, bis sich das etabliert. Aber es ist Fantreffen, wo hat das stattgefunden? Das haben wir hier vorne im Café in Radebeul gemacht, im Café Bellini. Achso, das war jetzt kein Auftritt? Das war doch mit Auftritt, mit allem drum und dran. Also ich habe natürlich dann live für meine Fans und für mein Publikum gesungen. Und ja, es war ein schöner Nachmittag, es war sehr heiß und wir hatten Spaß, es war toll. Kriegst du auch manchmal Anfragen, das sagt man ja dem Schlager auch gerne mal voraus, dass alles oder überhaupt im Fernsehen, dass dann alles Playback ist, dass du kommst und aber Hauptsache nie live, sondern nur Playback? Oder trifft dich das bei deinen Auftritten eher nie? Also ich glaube, diese Playback-Variante ist eher schon dann für das Fernsehen gedacht, weil das produktionstechnische Gründe hat. Und ich glaube auch vertraglich irgendwo müssen die sich absichern. Ich bin ja, ich trete ja nicht im Fernsehen auf, von daher bin ich da noch etwas unbedarft. Also wir haben den regionalen Sender in Dresden im Elbe Park, dieses MyTV Plus. Das ist noch ein kleiner Sender mit dem Andreas und da ist schon Vollplayback angesagt. Also das hängt auch damit zusammen, wie es gedreht wird. Natürlich hast du eine schöne Stimmung im, ja, am Drehort oder in der Location, weil die Leute, die da hinkommen, die wissen, was sie erwartet und die freuen sich dann auf ihre Künstler. Ja, meistens sind es dann auch Fans von dem einen oder anderen Künstler und da kommt dann so eine kleine Schlagerfamilie zusammen. Das hat auch was Schönes. Und ich glaube, diese Momente zu schaffen, dass die Menschen sich wohlfühlen und dass sie das Gefühl haben, sie werden verstanden und sind unter ihresgleichen, das ist, glaube ich, wichtiger, als sich da zu verkaufen oder zu präsentieren. Was sind da deine Ziele, wenn du jetzt sagst, ja, Fernsehen ist jetzt nicht und das ist eher jetzt so die, klingt ja eher so nach kleiner, also jetzt aus einer Perspektive von Helene Fischer, wie wir es vorhin hatten, so kleinere Auftritte. Was ist aber dein Ziel mit deiner Musik? Wo willst du mal hin? Also momentan ist mein nächstes Ziel auf jeden Fall die Arbeit an neuen Songs wieder, das nächste Album. Und sicher wäre das schon schön, wenn man jetzt mal so weit es so weit schafft, dass man tatsächlich im Fernsehen gesendet wird. Aber ich glaube auch, das ist noch… Würdest du nicht ablehnen? Das würde ich nicht ablehnen, das ist natürlich nochmal ein Weg. Aber als solches bin ich erstmal zufrieden, wenn sich das erstmal regional ein Stück weit mehr rumspricht, wenn Leute auf mich aufmerksam werden oder von Familienfeiern sich das rumspricht. Also das ist ja jetzt momentan so der Gang und so läuft es auch. Oder wenn mal die eine oder andere Stadtverwaltung anruft und sagt, hier, wir brauchen noch einen Künstler, wie sieht es aus? Also Agenturen, mit denen bin ich tatsächlich auch nicht so in Kontakt, das ist auch eher so. Also es braucht noch irgendwann noch einen richtigen Manager, der auch versteht, wovon du sprichst. Ich will jetzt nicht sagen, den suche ich noch. Wer suchst du noch? Naja, es ist noch keiner in mein Leben getreten, der gesagt hat, komm hier, ich manage dich mal ein Stück weit. Genau, ich weiß, wie es geht. Genau, ja. Also versucht haben es ja schon einige noch, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das ist ja auch völlig… Ja, versuchen und können sind zwei unterschiedlich. Eben, genau. Aber wäre das ein Ziel, dass du von der Musik dann noch 100% leben könntest? Ich glaube, das ist unrealistisch. Weil man in dem mit dir nicht so viel verdient? Nee, weil es einfach wahnsinnig viele Künstler gibt, die da tätig sind. Und wir haben ja vorhin auch, hast du ja kurz angesprochen, Robert, dieses Publikum. Was für ein Publikum spricht das an? Und es ist natürlich durch diese Sendung DSDS und so weiter auch sehr gespalten. Es sind viele Menschen, die glauben, wenn sie einen Song aufnehmen, dass sie schon ein großer Künstler sind. Und zwischen Machen und Können ist eben auch nochmal ein großer Unterschied. Aber jeder, der viel Geld verdient, muss es auch gleich können. Ja, wahrscheinlich auch. Also wahrscheinlich auch noch diese Situation, dass sich viele besser verkaufen, als sie sind. Na, das ist ja am Ende auch viel Glück, ne? Und wen trifft man an welcher Stelle? Ja, oder vielleicht auch einfach viel Wissen über dieses ganze System und wie man, mit wem man in Kontakt kommt und welche Kontakte man nutzt und wie man sie nutzt. Ja, ich mache es halt aus Leidenschaft und mit Herzblut. Und das macht mich auch aus und ja, für andere ist es eben ein großes Unternehmen und ja. Also das haben wir ja jetzt auch gespürt in dem Gespräch, was man jetzt, dass du das lebst, was du da tust. Ich habe da vielleicht nochmal eine naive Frage. Also weil du gesagt hast, du hast früher schon gesungen und im Chor und klassische Musik. Altert denn eine Stimme auch? Ich glaube ja. Ich glaube, es verändert sich einiges in der Stimme. Ich glaube, dass man, oder sagen wir es mal andersrum, in jungen Jahren habe ich immer sehr, sehr sopranlastig sehr, sehr hoch gesungen. Und mittlerweile ist es so, dass die Stimme doch ein bisschen tiefer wird und man vielleicht in den angenehmeren Bereich wechselt. Also ja, das hängt auch, glaube ich, vom Publikum und vom Zuhörer mit ab, was gerade so in ist, was modern ist. Also und was man eben mit dem Produzenten im Studio dann auch erarbeitet. Da arbeitet man natürlich auch an seiner Stimme. Und die Stimme muss ja auch zum Song passen, oder? Also so ein bisschen anpassen an den Song? Nee, eigentlich ist es genau anders. Der Song passt zu dem Künstler. Der Song ist genau das. Aber ob du einen melancholischen Song singst oder irgendeinen, der... Ja, da passt so deine Stimme, deine Stimmung an, vielleicht eher. Aber die Stimme selber, die verändert sich ja dann, ob du jetzt melancholisch bist oder... Ich glaube, die Stimme ist ja trotzdem immer die gleiche, nur was die Tonlage betrifft. Mit dem Alter verändern sich die Tonlagen, glaube ich schon. Ich glaube, da wäre nochmal ein kleiner... Höre, eine kleine Hörprobe vielleicht, nicht schlecht jetzt. Lass uns nochmal in was anderes reinhören. Trau dich doch mal. Trau dich doch mal. Trau dich. Willst du das anmoderieren, Peter? Ich moderiere das. Du bist jetzt Radio-Radebeul. Trau dich. Radio-Radebeul. Wir wären nie Radio-Radebeul. Aber wir möchten heute und hier Corinna Anders nochmal mit einem ganz kurzen Ausschnitt aus ihrem Trau dich-Song vorstellen. Ich bin keinem Flirt mit dir bereit, hast mich aus grünen Augen angelacht. Nach kaum zwei Wochen unser Date, in drei Sekunden ist es dann passiert. Hast mir total den Kopf verdreht und mich mit deinem Megaschaum verführt. Ja, ich denke, wer mehr hören will, sollte sich unbedingt mal auf YouTube die Videos und die Songs anhören. Ich denke, da ist für jeden irgendwie, der Radebeul liebt und der Schlager liebt, einfach auf jeden Fall auch was dabei. Was hörst du denn eigentlich für Musik sonst noch? Privat? Relativ wenig, aber da muss ich sagen, da hat mich mein Sohn ziemlich infiziert. Also da ist es dann schon ein bisschen rockiger und ein bisschen, ja, also unterschiedlich. Also querbeet, also Oldie ist nicht so, aber querbeet, 80er, 90er auf jeden Fall ist viel dabei. Und ja, mit so Band vielleicht mal so, ich kann mir vieles nicht merken, weil das läuft dann einfach. Du hörst, was dir gefällt. Ich höre, was mir gefällt. Geht mir genauso. Und wie findet dein Sohn deine Aktivität? Also mein Sohn ist tatsächlich völlig unmusikalisch, aber der ist unheimlich stolz auf mich und das macht mich natürlich auch stark. Und ansonsten ist von Familie nicht so viel jetzt übrig, was mir noch den Rücken stärken kann. Und da bin ich ja ganz glücklich, dass ich meinen Sohn so ins Leben gebracht habe und dass der hinter mir steht. Aber du hast doch auch einen Fanklub, wenn ich das, oder gibt es den noch, oder ist der? Naja, es gibt natürlich eine Handvoll Fans, so richtige Hardcore-Fans, die hinter mir stehen und die das, was ich mache, lieben und mögen. Aber es hat auch jeder so sein eigenes Leben und man kann vielleicht auch nicht so viel erwarten. Die Fans können viel, die sind eine Macht, aber die können auch nicht alles leisten. Und da hat auch jeder so seine Geschichte. Aber du hast ja auch das letzte Mal, wo du hier warst, da kam ja auch jemand mit, irgendwie auch so. Also das finde ich schon auch gut. Da können Fans wahrscheinlich keine Familie ersetzen, aber zumindest einen Rückgestärken an der einen oder anderen Stelle oder mal Unterstützung leisten, das finde ich ja auch immer schon wichtig. Ich denke, die Musik, die verbindet auch. Und dann natürlich hat man Menschen um sich rum, ob das jetzt Leute sind, die das Video drehen oder Menschen sind, die sagen, wir machen Fotos. Also das sind schon Menschen, die sich auch ein Stück weit mit dem Schlager identifizieren. Da spricht sich das dann schon rum. Schon so eine Schlagerfamilie. Klingt auf jeden Fall positiv. Als wenn man so ein Schlagerstar ist und nirgendwo mehr hingehen kann, ins Kino oder in die Bar, ohne dass man angesprochen wird und irgendwelche Autogramme geben muss. Ah, das ist glaube ich anstrengend. Das sind dann die mit den Fake-Profilen. Ja, genau. Ja, also ich denke, wir haben heute ganz viel erfahren. Willst du noch irgendwas sagen, was dir wichtig ist, dann wäre jetzt der Moment. Die Frage ist, ob sich jemand so ein langes Podcast anhört. Das werden wir sehen. Bisher sind wir gut dabei, wie gesagt, aus vielen Ländern. Ich habe jetzt sogar gesehen, aus der Karibik, wir werden auch in der Karibik gehört. Das ist ja krass. Also ich sage mal so, ich bin schon mal ganz gespannt. Rade Beul im Ohr wird auch auf meiner Seite erwähnt und ich finde das ganz, ganz toll, weil es eine Plattform ist, wo man sich als Künstler oder was auch immer für ein Mensch präsentieren kann. Und ich finde das wunderbar zeitgemäß und toll, dass ich heute hier sein darf und danke euch dafür. Ja, gerne. Wir erfahren ja auch was von den Menschen hinter dieser Stadt hier. Und das war heute mit dir ein tolles Gespräch. Ja. Aber die letzte Frage stellt Robert. Wo oder was ist dein Lieblingsort in Rade Beul außer deiner eigenen Wohnung oder Haus? Da wirst du jetzt lachen, aber mein Lieblingsort ist nicht weit weg von meinem Haus. Das ist tatsächlich der Bahnhof, der Kleinbahnhof. Da habe ich auch mein erstes, nehme ich mein erstes Musikvideo nicht, aber das hat eine Assoziation zu meiner Kindheit. Ich bin immer zu meiner Oma gefahren mit der Bimmelbahn, die in Radebeul-Ost startet und in Radeburg geendet hat. Und in Radeburg hat meine Oma an der Endstation gewohnt. Und dadurch ist auch dieses Musikvideo, dein Zug ist abgefahren, in Radebeul gedreht worden. Okay. Ja. Wenn ich dir jetzt erzähle, dass Peter und ich, dass wir auch ein Video vom Bahnhof haben. Oh. Da ist nämlich Peter der Weihnachtsmann. Und ich irgendein cooler Sozialarbeiter. Das war in der Corona-Zeit, da haben wir ein Video gedreht, auch am Bahnhof. Ja. Und haben einen auf Gangster gemacht. Finde ich nach wie vor immer wieder gut. Also du, ich war ja der Weihnachtsmann. Du warst der Gangster. Da muss ich ja tatsächlich mal stöbern. Ja, ja. Klicken wir durch. Ich bin auch auf YouTube. Schön. Ja. Vernetzen, verknüpfen, weitererzählen. Das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man immer so denkt, Podcasts brauchen immer eine App dafür. Die meisten Podcasts werden tatsächlich auch über YouTube gehört. Und das ist, ja. Und wenn man da auf dem Kanal ist, dann kann man sich auch die anderen Videos, die wir so gemacht haben, anschauen. Oder die Alexa, ne? Alexa, spiel mal. Bestimmt auch, ne? Das geht auch, ja. Aber auch für die ältere Generation. Und die fragen dann, wann kann man das, wo kann man denn das hören, den Mist, was sie da macht. Ich würde jetzt mal vorderstreichen. Smartphone. Da sage ich, du kannst das einfach bei YouTube. Gibst dir einfach Radebeule im Ohr ein. Und schon, schon findest du das. Tatsächlich so einfach. Das ist eigentlich ganz einfach. Und das war eben auch was für uns, wenn man gesagt hat, okay, wir sind erreichbar für junge Leute, aber eben auch für die ältere Generation. Ja, so wie uns Corona. Ja, ja. Also ich finde das ja auch, wir geben ja der Jugend auch was mit, ne? Unsere Erfahrung. Und ich finde das einfach toll, dass es dieses Format gibt, dass ihr das ins Leben gerufen habt. Und ich hoffe, dass ihr noch viele tolle Gäste habt. Ja, das hoffen wir auch. Und davon gehen wir mal aus. Und dass das greift und, ja. Also ich glaube, für die einfacher als bei die Alexa schnipsen und sagen, hier, Alexa, spiel mal Podcast. Wird's wie wär. Gerade Beule im Ohr. Einfacher geht's doch nicht. Da könnte ich jetzt zu Hause schnipsen, wie ich will. Da würde jetzt keiner was abspielen, aber. Also hast du keine Alexa? Nee. Aber ich finde es auch so. Na gut, na gut. Egal. Wir zerreden jetzt gerade hier den Rest des Podcastes. Also in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit. Hört mal rein. Es war sehr, sehr spannend und wir haben uns gefreut, dass wir heute mit euch und mit Corinna zusammen hier diesen Podcast aufnehmen konnten. In diesem Sinne, alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal. Und sagt es auch gerne weiter, dass die, die davon noch nie gehört haben, dass die das auch mal hören. Und dann freuen wir uns auch gerne über Feedback. Haben wir ja schon einiges bekommen, muss man ja auch ehrlich sagen. Und das freut uns auch. Gut, dann in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ja. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.